Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Eben hier überfallen worden von den schleimigen Kreaturen. Die hat alles weggelootet, alles lässt mir nix. Sagt immer geh heen, geh dahin und lässt nix übel. Ich habe was gefunden, drüber Rubin, Feueressenz, hochwertig und Blümchen. Da sind Fische, vergiftet. Die sind in der Giftsuppe. Nicht alle, manche sind noch gut. Das ist doch scheißegal. Wollen wir mal zu der Frau gucken, die da eben noch schrien hat? Tote Ochse. Toter Zwerg. Leeren, verseuchte, abgetrennte Hand, abgetrennte Hand, abgetrennter Kopf. Ich habe hier ganz viel leeren, zeuchtes Zeug, was hier rumliegt. Das ist schön. Ja, ich kann das doch alles essen, weißt du doch. Wir müssen hier später auf jeden Fall noch mal hin, ne? Reden wir mit ihr. Ich hebe hier gerade alles mögliche auf, warte. Rede doch erst mal mit ihr. Erst mal aufheben. Erst mal das wichtigste. Hallo? Noch nie ein RPG gespielt? Redet doch erst mit den beiden. Nee, erst wird alles ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ja, wir wollen es auch auf, die, 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 äh, da kommt es an einen Unfall an, ne? Ja, ich... Und dann geht es her, bevor du dem Held sagt, einfach, oh, ich muss erst mal das Auto hier, ach, ach, ich muss erst mal das Auto hier, ach, einfach Auto putzen. Ja, finde ich, in Ordnung. Oh, ich will dich töten, einfach wie die restlichen. Das kleine Messer soll das alles veranstaltet haben. Sie schlumpft, Alles Bravado verbreitet von ihr. Nein, 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 ich habe nie etwas wie diese Wäste gesehen. Ah, ah, sie sind weg. Seine Augen entfernen und verlieren Fokus. Als ob sie etwas gesehen hat, bevor sie sie sehen. Sie ist schade, wenn sie spricht. Ja, die schlimmsten, die ich nie gesehen habe. Durch die Magistern, die Dwarven, tot, tot, tot. Und die Schmerzen, die Schmerzen, ist weg. Seine Augen schreien in die Distanz. Glacier als Marble. Es ist nicht kalt, aber ihre Schmerzen ist verlinkbar. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, Duna's Beard. Lohar. Mein B-B-Boss Lohar. Wir wollen wissen, was mit ihnen passiert. Aber ich... Ich kann mich nicht erinnern. Lohar. Was ist denn das? Was ist er denn? Sie sind die Schmerzen. Wir... wir... wir sollten... Wir können ihnen gegen die Magistern helfen. Aber... aber... Jetzt stottert doch nicht so viel. Ich heb' meine Augenbraue. Vielleicht tut das gut. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warum ist die denn so verzweifelt? Komm, wir machen mal Finesse. Ich... ich... Ich hau' ihr mal kräftig über die Wange und sagte sie, ich sie unbedingt zwangsweise helfen möchte. Ich... 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 Oh, Seven Sympathie. Ich sah diese Dinge. Sie schrauben die Schmerzen durch die Kliffe. Nach den Wreckers-Käven. Ich... Ich... Nein. Nein mehr. Es ist weg. Sie flincht am wenigstens Wind aus dem langen Gras. Terror in ihren Augen. Sie stammelt weg von dir. Mhm. Tschüss. Ja, tschüss. Ist eh schon alles geklaut. Ich will auch mal so ne grüne Suppe mitnehmen. Jetzt wird nur noch lose. Ja. Da ist noch ne Kiste. Ja, es gibt später einen... Oh, eine Axt. Wir sind Bottich. Oh, ne schöne Axt für hier, äh... Soll ich jetzt die ganzen Körperteile essen? Warte. Ich muss hier noch was identifizieren. Kannst du das machen? Ja. Oh, lille Handschuhe. Hm. Das ist für mich. Das ist wirklich für mich. Ich geb dir Anharz Stiefel auch noch. Das Problem ist, ich muss die Lose geben, weil ich hab immer die Telefonationsdinger an. Also gebe ich die Lose. Lose hat noch Handschuhe, die sind, äh... Jans, tschau. Hmhm. Hmhm. Das ist für mich. Das ist für mich. Ja. Das ist für mich. Das ist für mich. Das ist für mich. Flächen um sich herum, um seine Lebenskraft herzustellen. Das hast du doch... Das hast du doch vorhin jetzt mal schon einen Prinz gegeben, Junge. Du gibst was einen Prinz und kannst du nicht merken, was das macht. Das ist gut. Ich hab das jetzt selber gelernt. Cool. Weil du das gefressen hast? Ja. Aber es wird mir nicht angezeigt, weil unten alles voll ist mit Schlons. Das ist... Das ist eine passive Fähigkeit. Oh. Die wird da unten nicht angezeigt. Das wusste ich. Das wusste ich. Hm, klar. Das wusstest du, hm. Zunderschwamm. Kochstation. Nein, ich will nicht wieder kochen. Ein Abort. Warte mal, ich geh mal kacken. Sei dankbar, dass ich keinen Bedarf hab. Sei dankbar, dass du keinen Bedarf hab. Können wir mit dem Kind reden? Der Junge pfeift eine schiefe Melodie. Er riecht ein Eingang an deinem Begriff, aber nichts sagt. Was macht er denn? Hey, nicht zu weit. Nur... Äh... Ben... Mezd. Äh... 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 Ja... Der ist tot. Ja... Oh... Baron will nicht so sein. Will nicht so sein. Ein bisschen... Der Kind schafft seine Hände in seinen Pocken und riecht aus. Versuchst. Und der hat ihn grad auf'n Klo gesucht? Ups. Normalerweise hat das dann, äh... Mit dem kann er noch nicht. Er hat mir gleich ein Nebengewicht. Du kannst doch, äh, alles mit den Hühnern reden. Da sucht ein Huhn, glaub ich, sein Ei. Oh. Ich... Warum renne ich jetzt irgendwo hin? Weiß ich nicht, weil du wahrscheinlich irgendwo drauf gedrückt hast. Was? Ja... Der macht so'n riesen Umweg. Ich bin nass. Hast du dir den Fisch aufgesammelt, ja? Nein, ein Steinpilz. Das war wichtig. Die Fassale sind... Na ja, tu ich ja, tu ich ja. Kann ihn nicht, kann ihn nicht. Tu ihn ja, tu ihn ja. Das Ei ist weg. Hilfe! 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 Marge! 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 Die kleine Loretta ist das. Wer ist Marge? Das ist die Grimlet? Das Fette. Oben. Spock! Das Fette. Oben. Das da, das ist der Hahn. Das ist Marge. Das ist kein Hahn. Das ist Marge. Ich sah, ich sah, ich sah, ich sah. Ich sah, ich sah, ich sah. Die große Marge. Das ist kein Hahn. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Die ist ein bisschen anstrengend. Das weiß ich zum Beispiel noch, wo das ist. Big als eine Kau. Big als ein Haus. Big als ein Haus. Und viele, viele Leger. Zu viele. Mama! Hm, wohin? Wenn, wenn, wenn ich dir zeigte, kannst du sie zurückbringen. Ach, das war doch die Kreatur, die ich vorhin angegriffen hatte. Du, 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 du kannst sie zurückbringen. Okay. Mach! 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 Ach, das ist noch mal. Wenn du ein bisschen schweigst. Soj á re Helen riefstant in fünfzigllen um. Ach, das ist hier. Ich weiß nicht, du sagst nur doch in FRG. Doch sie haben mich so viel verändert. Moment! Wann nicht damit, los? gleich! Ja, mach! Och! Ich bin zurück. Aachen! Ach, was ist schon fertig gewesen? Ich bin natürlich erst seitніstens und auch noch nie. und mich ein bisschen umsehen und so man lässt mich nicht gucken und du hast gesagt ich soll alles mitnehmen du bist überlassen kann sie mir bewegen nein ich gebe dir mal was nein ich bin auch was soll ich sag da zum 25 wir müssen endlich mal zum markt aber jetzt kommt erst mal mit da ist noch was glaube ich die frage ist es gerade ein bisschen langsam ich soll ja jetzt reden zu dir kommen was ja keine zeit der prinz hat doch platz der meiste platz hat der prinz oder dem gibt es nix dann nehmen sie alles raus ich wollte das tieren 30 von 210 kilo sowas willst du denn jetzt ganz eilig ganz dringend wo ich jetzt gar nicht glaube ich noch eine quest wollen wir nicht erst mal die eine richtung gehen bevor wir in zwölf gehen will ich uns annehmen eine kiste ähm das ist nicht so ein kompromissbar ist es ein kleiner Junge lebt eine stelle über den rhein und er macht einen langen arke bevor prüfen hinter dem wort mhm 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 das macht er denn hier häh please you have to help her there was a a fight some dwarves attacked some magisters and there was sorcerers too and then the book s came mhm 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 Sie haben alle getötet und meine Mutter hat sie verletzt und sie ging über den Bruch und dann hat sie den Bruch gegründet und sie sagte mir, zu rennen. Und jetzt ist sie da oben mit ihnen. Ich versuche nicht, sie zu stoppen, einfach sie zu verletzen. Wenn sie am Ende, was sie dort essen, will ich nicht, sie zu schauen, sie zu schauen. Sie ist in unserem Haus. Ich helfe der Mutter, auf jeden Fall. Ja. Oh, Fargus ist da. Ich finde einen Weg. Ja, sicher. Mach das. Hm. Der soll hier einfach warten. Okay. Aber wenn ich mir helfen kann, werde ich. Die Performances der Divine-Order-Salut. Jetzt raus, Ma. Okay. Schau, Peter. Ma, kannst du rein? Warum denn? Der Prinz ist 210 Kilo frei. Ja, wollen wir mal sehen. Da könnt ihr ein paar Bummen nehmen. Wiesen euch? Ja. Das ist das schwerste. Ja, so ein Gips. Ja, das ist das schwerste. Ja, die ganzen Körperteile, die will ich ja noch essen. Ach. Einen, du weißt? Ja, ich soll ja nicht. Ich soll mich auch beeilen. Was haben wir denn noch? Ich bei dir noch. Die Körperteile liegen uns aufgehoben. Du hast das Milchfass aufgehoben mit 40 Kilo. Ja, ich wollte die Krüge damit füllen. Warte. Äh, Milchfass kombinieren mit Krug. Das geht nicht. Äh, mit einer Flasche? Ja, ich kann die Milch nicht kombinieren. Du kannst es nur dringen können. Keine Ahnung. Ja gut, dann schmeiß ich die halt wieder raus. Oh. Ach. Hä? Komm. Guck, jetzt eilt er schon wieder. Ich würde Spells gern kaufen. Ja. Ich würde gerne ein sauberes Wetter haben. Ja, das ist ja jeder Staat. In der Stadt gibt es Händler. Komm. Dann können wir alles verkaufen. Wir müssen uns aber, glaube ich, ein bisschen, äh, die Krüchte durchbrügeln. Ich bin mir nicht so sicher. Wobei, da gibt es noch einen zweiten Weg. Kommen wir erst mit dem zweiten Weg, würde ich sagen, oder? Ich habe noch nicht mit allen Hühnern gesprochen. Kann ich da was an dem... Äh. Ich würde gern in die Stadt verkaufen. Warum wackelt das verfaulte Eier? Ja. Ja, du luchst... Ich habe den... Ja, doch. Bienenstock. Was kann ich denn am Bienenstock machen? Ich habe noch eine Horde. Er hat es immer eilig. Äh. Mächtiges Erwachen? Äh, es reicht mir. Okay, wir müssen das noch machen. Komm mit. Ja, 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 ja. Wir müssen die retten noch. Wissen Sie denn, was sie dir getan haben? Olli, komm her! Ja, ich wollte nur hier stehen. Ach so, ach so, okay. Willkommen zu Driftwood, Gott-Woken. Okay. Die ist wichtig. Meister Siva. Meister. Verstehen? Das ist Meister. 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 Sehr gut, dann. Kacke mich runter. Es ist Arbeit, die zu getan haben. Oder du könntest da stehen, als ob du ein Koffer bist, in ordern zu tanzen. Es ist eine mastervolle Performance. Ich würde es applaudieren, aber gut. Ja, das Erste, ne? Okay. Jetzt, wenn du so nett bist, als du diesen Start-Woken-Mattern hast, ich würde es nicht hängen. Ich muss meine Hausaufgaben bequeren, bevor sie noch mehr Dämmung machen. Na schön. Hängt Garnilien an. Ich hab irgendwie ja die eine Grafikwache, hab ich das Gefühl. Hat die gerade um Hilfe gerufen? Na toll. Du stehst da ganz gut. Ja. Nee, ich nicht. Ich. 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 Warte mal, ich guck mich kurz um. Alles klar. Ach, Schin-Ala, Fiss-Ala. Der hat aber schönen Schaden genommen. Ja, komm, ich bin gleich stört. Wieso bist du gleich stört? Da ist doch die Löse noch dabei. Wollen sie mich die Garen prügeln? Ja, zu Recht. Ich krieg dir jetzt mal eins. Zee. Einmal. Und-dünn. Und-dünn? Und-dünn. Das war's schon? Jetzt hab ich immer noch nicht die Zauber eingestellt. Mein Gott. Das kann ich wahrscheinlich im Kampf nicht machen, ne? Nee. Phönix, tut's gut. Was du beim Kampf Zauber nennst? So. Dann... Ist das schon einer tot? Hinter mir müsste man irgendwie weg. Nee, tot ist noch keine. Ich würd da gerne mal hinstürmen. Den gehen wir auch nicht hin. Das ist ein Geländer dazwischen. Ich könnte dir auch Schutz geben. Ja, das wär gut, weil hinter mir ist ja ein Humblemann steh ich. Das wär's ja nett. Danke. Feuer bringt nix. Komm ich nicht so weit. Na gut. Ich lauf noch ein Stück. Wenn der grad eingefroren ist, ist Feuer vielleicht ungünstig. Ich lauf noch mal runter. Na, guck mal, ein Hund. Na toll. Das klopp ich da schön wieder raus. Mh-mh. Au, 82. Nee, ist klar. Toll. Hätte Prinz gar nicht runter müssen. Warum wollen die alle zu mir? Mach mal das Fass kaputt hin. Hm? Das Wasserfass? Ach hier, das Wasserfass. Bei den beiden Jungs hier. Da steht der Tybi genau dazwischen. Dann greif ihn halt an. Oh mein Gott. Mit brennend. Da meine Bögen, meine Pfeile sind brennend. Ach so, okay, okay, okay. Ich dachte ja. Hm. Dann greif ihn einfach einmal mit den unten an, der bei mir steht. Na toll. Genau den. Lose ist gleich tot. Wieso denn unten der da voll ist? Ganz einfach, weil der als Nahkennung von zwei Magiern steht. Hier oben friere ich gleich einen. Mhm. Deswegen. Lose, darf ich bitten? Ja. Lose, bummel. Der Zwerg ist gleich krank oder setzt er aus? Setzt er aus, ne? Ha! Oh! Der erste war all, der zweite tat wie. Ja, die sind beide nicht tot. Schön. Aber ich muss erst mal, äh, lose heilen. Toll. Mit etwas Glück kann Prinz bis dort laufen. Sprinten. Ne, kann er nicht. Ich kann zu dir sprinten vielleicht. Ist vielleicht besser. Du kannst ja, also den Sprung hast du ja noch gar nicht. Ne. Ne. Ich mach jetzt mal so. Hab ich mal beschlossen. Dann seht ihr noch ganz frisch aus? Ja. Zum Angreifen hab ich genug, nicht genug AP. Kann man Feuer machen oder brennst du auch? Ich spare mir den Zug. Der ist geblendet. Der kann, glaub ich, erstmal nichts machen. Fagas steht da nicht mehr ganz so doll. Was hat der Hund? Der Hund ist Freund. Auch gut. Mal gut, dass er noch Schutz hat. Der Schutz ist aber nix gegen magisch. Oh, schade. Ähm. Ich würde da gern was hinschmeißen. Mach erst den Arcon kaputt. Den was? Mach erst den Arcon kaputt. Arcon, der fast tot ist. Weil der ist gleich dran. Habe ich irgendwie ein Area oder so? Nein, du bist meistens Single-Target. Ich schieße einfach drauf manchmal. Der kommt nämlich zweimal hintereinander dran. Deswegen mach den weg. Der ist schnell. Ja, ja, ist ja gut. Gut. Hier kommt die... Ach, doch nicht. Hier ist der andere. Hier ist der andere noch einmal. Schön. Gut, Biedl. Hast gut gemacht. Mach's doch. Ist doch alles gut. Alles klar. So. Oh, wei. Was hat das vor? Das... Nö. Das nicht. Der ist betäubt. Okay. Hast du noch, Linda, ne Kälte? Habe ich, ja. Habe ich, ja. Das klingt natürlich logisch anders als nur wir hier, ne? Ja. Aber Fargus hat noch. Aber du hast es nötig. Ja, das ist auch gut. Ja. Den habe ich durch den Stab. Ja. Den kann ich auch mal nutzen. Gleichfalls. Nee, nicht Stab. Auslösungsgegenstein. So, jetzt mach ich. Jetzt schon wieder eine halbe Stunde. Okay. Ich dachte, der ist geblendet. Oh, fuck, ey. Ich dachte, der war betäubt. Äh, kannst du mir noch irgendwie Schutz geben oder den? Schutz ist gerade nicht drin. Ich kann eine Heilung geben. Das wird auch so. Dann brügel mal die Westenchen mit auf den Henker und Nynjern drauf, bitte. Weil dann kannst du ihn von oben besser abschießen. Einfach mit normalen Hits einfach draufballern. Ah, der kommt hinten dran. Das fand ich auch nicht so schlecht. Es ist schon wieder vergrüppelt. Die machen einen Schaden. Das ist doch nicht normal. Ich auch. Guck mal. Nee, er hat keinen Schaden gemacht. Guck mal da. Jetzt. Ist das sinnvoller gewesen? Aber okay. Der ist schon weiter unten. Wer Schaden gemacht. Was ist denn Läutern? Er flitzt aber schön. Der kleine Zwerg. Hagel, Hagel. Ist Hund wieder Feind? Ja. Ja. Jetzt wieder nicht, ne? Ja, jetzt wieder Freund. Freund ist ein Freund oder Feind. Nee, dann können sie heute nicht den Schaden. Damit wir schauen, wie wir das machen. Ach, ja. Du wirst ja mittels Schaden wegen der Saute. Toll. Kenne ich ja nicht anders von dir. So. Prinz ist mal wieder sonst wo. Erinnere mich mal daran, dass ich den Zauber gleich einstelle. Du solltest nicht laufen, mein Prinz. Mach irgendwas, was auf die Ferne geht. Du solltest nicht laufen. Etwas, was auf die Ferne geht. Ja. Sobald du laust, wirst du bei dem Unfall noch gut an. Machst du ihn jetzt? Greif doch den hinten an. Hast du nix zum... Ach, der da. ...schillen Beobachter. Den hab ich nicht mehr gesehen. So. Jetzt kann ich ja immer noch was tun. Ach, der ist ja Freund. Der ist ja Freund. Ja, deswegen mach mein Stammfeld in die Richtung. Richtung, äh... Also hierher. Mach mein Stammfeld hierher. Dann ist nämlich das Eis weg. Ja, genau. Machst genau in die andere Richtung. Du hast gesagt hierher. Hab ich gemacht. Ja, ich hab doch grad noch einen Ping gesetzt. Das hab ich nicht gesehen. Hast du ganz ran gesungen? Und ganz nach vorne gucken. Ja, was mach ich jetzt? Hab ich echt nicht gesehen. Ach, Piedel. Mit mir lebst du auch was, ne? Ja, mit mir lebst ich was. Ist das nicht schön? Ja, ist das nicht schön. Schockiert. Ich bin manchmal auch ganz schockiert. Hm. Na, hm. Aus jetzt. Cool. Hat ja gar nichts. Hat der Hund gar nichts gehabt? Mehr Hund, Tiere, meistens nix. Ah, hast du denn... Dein Behänter hast du schon aufgesaugt. Ja, sonst hab ich niemanden. Lass uns mal... Äh, bis später. Lass uns mal in die Stadt laufen. Achso, ja. Ja, hab ich später. Ja. Ja.